hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play world of warships um auf deine frage zu antworten lieber ultra killer wir fahren nach c so erste frage schon beantwortet in dieser aufnahme session zweite frage warum steht am kurver so eine tarnung weil er sie nicht nötig hat wo haben wir sie denn da rechts nimmt in die bookie auch keine tarnung der guckt sich hier die schiffchen schön an der ist nämlich die türme gerade hier am ausrichten der ist wieder raus jetzt gibt der gas ich verstehe es nicht und jetzt nur noch halbe kraft erreicht habe ich auch gerade was mitgekriegt in den nächsten zwei jahren kriegen wir breitband internet für die industriegebiete das gut für die privathaushalte ist es nicht vorgesehen weil sich das nicht rentiert genau wie man darf sein weil man 35er ping hatte plötzlich noch eine null dahinter so wort haben wir da zum spaßen da ist mit mir hin gut ich bin offen kann es noch ballern nicht gibt man gar nur secondary du bist dran ich auch schon mit 52 ist sich am einhebeln jetzt sehe ich nichts mehr jetzt legt die secondary endlich los meine mumpeln war noch nicht da was soll das ich hätte ihn so schön ausgenommen super die zwei idee sound von a nach b fährt auch keiner rein ach warum denn auch gewinn ist überbewertet man genau so jetzt wir schwimmen wenn was sichtbar wäre ach warte mal ich bin flugzeug los mach was auf mach was sichtbar hochmann flugzeug ich hätte jetzt gedacht die des moines oder so was jetzt so sichtbar gemacht die dahinter der insel irgendwo steht ich bin hier ach da ist jetzt so gemeint ich brenne mal so gemeint wenn du denkst ich sehe dich nicht nur einer durch nur front zitadelle das finde ich gar nicht witzig ich schon 3 durch auf die dm 1 2 3 5 5 4 5 5 6 6 7 so drehst du weiter ab oder fährst du runter ich drehe es wieder ab da ist sie ganz toll ich schieße noch ein bisschen am friedrich ich mache mit vielleicht wenn wir den kurfürst ohne tarnow unterstützen vielleicht in das ja was zwei abhaller einer durch auf die friedrich wir drehen ab kofürst du sie mir abdrehen also ich bin die ganze zeit schon links auf die taste am drücken ich komme nicht rum links und rechts alles vorbei ich habe mich gerade gefragt warum die auf die kurfürst schießen nicht auf mich ich kann mich ja gar nicht sehen warum hast du wieder so ein cheater oder was so türme sind gedreht ich habe den runtergetarnt auf 12,3 kilometer hast du das 9 wieder schade nix gibt so recht doch ein bisschen getrefft 24 treffer 536 treffer 38 was macht unsere ich gucki da hat den rausgetrockt sehr gut guter mann schon wieder links und rechts an der so was meinst du fangen wir hier runter warte ich würde gerne in zweiter reihe ich habe schon zu viel gefressen ja dann wo bist du denn ah da ja mach das ich guck mal ob ich der richelieu frontal die letzten 4000 wegballern kann die letzten 2000 nein kann ich nicht einer durch einer abgeprallt ich konnte es auch nicht aber ich brenne jetzt bestimmt wieder hier ist ja zu ende da hinten ist ein monarisch da komme ich nicht dran ich aber oh der hat mir meinen torbwerfer ein bisschen zerdellt so treffe ich den wenigstens der kürzischen breitseite was hab ich denn oh trottel wo kommt denn jetzt unsere monarisch her hey jetzt schiebt der penner mich hier rein ich hasse die söhnen boah 2 durch auf die don school ich habe heute noch keinen guten treffer ich habe noch mal auf den großen kurfürsten abgesetzt und drei abbrecher näher praller ich brenne schon wieder so weißt du was ganz toll ich mache dich mal mit meiner secondary bekannt wenn ich schon nicht treffe meine hauptbatterie sagt jetzt auch mal hallo schon wieder einer durch ich habe schon 14 die durchgegangen sind jetzt hat die monarisch mir eine zitadelle verpasst an der evan kohrfürst hey zwei durch und ein abpraller und meine secondary trifft jetzt wenigstens ich will kein sieg ich will treffer nein ich will keine treffer kriegen ich will treffer verteilen oh 9000 auf den großen kurfürsten ich mache hier nur ich habe mittlerweile 18 die durchgegangen sind sieben abpraller und macht die glieder hinten die fährt rückwärts ja ich hab noch gerade mal geschwingt der sache und sagen dann insgesamt punkte 60 38 treffer 2 und 62 secondary 58 jetzt bin ich bei 66 ich hoffe jetzt auch einen guten treffer auf den löwen kurfürst wurde noch vorher platzen für spielverwerber äh 268 hm soki du dürftest jetzt mit meiner secondary gleich bekanntschaft machen naja ist noch zu weit weg naja ist noch zu weit weg so ich bin in reich weit runter legt sie los rechts von dir ist noch eine alabama ne ja ja ich schätze mal der hat jetzt eher mit unserem kurfürsten da ein bisschen zu tun äh ein abpraller und ein volltreffer auf die key eine zitadelle 11.000 das gehört ja null punkte schon wieder toll geht immer noch rückwärts nein vorwärts oh gewonnen 58.000 geblieben ich habe es auf 83 noch geschafft dank der key nicht wirklich berauschend da sieht man auch an der platzierung ja ich habe mal 58 so was haben wir da haben kurfürst der beste nur 148.000 plus also das ist nicht viel für ein premium schiff also ist es wenig die key ist auch ganz unten bei denen meine secondary hat 238 mal geschossen und ganze 62 mal getroffen meine secondary hat 244 geschossen und 51 haben getroffen und das ganze hat mir 8000 punkte gebracht mit der secondary 4.506 läuft bei mir ja das hört mich mal ein deutscher tag ja also die key habe ich wie gesagt zweimal voll getroffen und hat null punkte da habe ich da hat die monarche mir mehr schaden gemacht und zwar 81 so da noch den container sammeln und dann möchte ich mich damit auch bei euch verabschieden vielen dank fürs zusehen bleibt uns treu drückt die daumen und besucht uns wieder in der nächsten runde bis dann tschüss dann geht es online also o